...für diese Veranstaltung, für dieses historische Erntesleiten. Deshalb, Frau Darmann, vielen Dank auch für Ihre Arbeit. Und natürlich auch die Schönheit unserer Einrichtungen von der Landesanstalt, der Landwirtschaft und Gartenbau. Wunderschöne Erntekronen, das ist auch so ein bisschen Brauchtum auf dem Lande. Sie werden überreicht bei den Präsidenten der Landesanstalt für den Landwirtschaft und Gartenbau, Professor Holz und dann den Präsidenten von der Schulanheit, Professor Jörgen Wackdahl. Sonst haben wir Leiter dieser Einrichtungen, das ist das Zeichen zum Feiern. Und jetzt müsste es eigentlich ein Körnchen geben. Und so ist es. Ein Brot auf die Sonnein und auf die Getreideabendung. Das ist nicht so einfach. Und jetzt müssen wir auf die Sonnein und auf die Sonnein. Musik